So, wie mach ich jetzt? Ach, F. Na, nein! Er macht's F. Er macht's F. Ah, cool! Könnte ich auch noch schnell ein Oberteil anziehen, dass man meine Tattoos sieht. Oder soll ich nackt rumlaufen? Nackt wie Gott die Schuhe! So, mit OBS nehm ich jetzt auf. Vielleicht läuft's besser. Oh, ich glaub schon. Hab ich gerade Geräusche von euch gehört bei mir? Ähm, ich weiß nicht. Doch, der Zocker hat was gemacht. Kurz auf hoch wieder gehen. Das ist eine Lüge! Textur und Qualität nochmal ein bisschen an. Zurück. Spiel. Zurück. Zurück. Yo, geil! Yo, geil! Was denn los? Okay, das funktioniert. Motocross! Schon einige ist besser. Hä, warum höre ich dauernd Musik bei mir? Weil ein Radio irgendwo sicher ist. Hey Niko! Nein! Hä, was ist das denn? Das ist ein Platten! Oder? Ja, voll. Ich hör manchmal den Spielton woanders. Echt? Ehehe. Granate fliegt! Granate! Kabumm! Kein Wunder, wenn jemand, wenn mein Handy irgendwas einfach macht. Ich bin doch gar nicht baue ich, das ist fies, wenn ihr mich jetzt gerade fertig macht. Ich hab dich gerade in die Luft gesprengt und wieder aufgeholt. Oder das Fahren mit dem Moped ist nicht gerade so easy. Rezi hebt er die Granaten ab, die braucht man dann für die Schlacht. Ich hab da ne Munitionsgiste, da kann ich ungelndlich davon haben. Kann ich wieder. Ola Puttas! Ihr könnt euch hier Munition und alles nehmen, gell? Ja, ich bin ja voll. Boah cool, ich hab nen Sniper gefunden. Echt? Da? Ja da ist ne. Boah ich glaub das ist gut. Ja warte, alle kommen aber nicht, weil dann lass ich meine MP5. Warte, weißt du ja nicht, na ich hab auch nen Sniper. Achja warte mal warte, ne da machen wir was anderes. Warte mal. Ja wir haben ja eh zwei Waffen. I ausrüsten? Ah da kann ich bei I ausrüsten. Wir haben ja zwei Sekundäre, äh zwei MPs. Also eine Sniper, eine MG oder MP und eine Pistol. Da haben wir drei Waffen. Aber ich kann Saki nicht da schießen. Und dich auch nicht. Hä wie kann ich denn ne neue Waffe aus? Aber was ich gern ist das da. Granate fliegt. Nehm das. Granate! Woher sich kommt? Kabumm! Nein! Ah crazy! Was hat er denn jetzt wieder gemacht? Geild hat er nicht. Alter! Nein! Crazy du hast alle Fahrzeuge in dem Ding zerstört. Nein! Wir haben da noch eins. Na. Ok nein das ist auch schon kaputt. Ja super. Ich hol mal ein Fahrzeug. Wir waren voll ausgerüstet hier. Munition brauche ich keine mehr. So jetzt habe ich auch meine Mütze mal runtergenommen. Jetzt sieht man mich in ganzer Pracht. Ich suche mal ein Fahrzeug für die Fenie. Warte. Irgendwas muss ich ja rumkurven da. Ah alle Fahrzeuge sind wirklich im Arsch. Ja. Ake komm crazy. Oh jetzt ein Auto. Sofort. Ja ich bin schon unterwegs. Wo ist denn das nächste Dorf? Ah da da oben kommt auch ein Auto. Unsere Gegend zockt die glaube ich. Ah ich muss die Shooteransicht ändern. Meinst du von links auf rechts oder was? Ja da ist kein Dauersprinter an meiner. Da drüben ist ein Gebäude. Da gibt es sicher noch ein Auto. Ah weißt du was mir gerade kommt? Unser Sniper hat glaube ich keinen. Ah doch hat auch einen Schalldämpfer. Okay. Weiß ich nicht. Mit was? Doch doch hat auch eins. Wenn du zielst kannst du mit F den einschalten oder ausschalten. Ich habe genug Autos. Was willst du denn für uns haben? Es sind genug da. Ich hätte jetzt eins für uns alle. Ich auch. Boah ich habe einen Helikopter. Ist das ein Heli? Wo hast du einen Heli? Warte. Da unten bei den Gegnern. Ja da jetzt einfach weg. Warte ich hole dich schnell ab. Zocki. Sie ist echt Teamplayer. Ja klar. Ich habe nicht die ganzen Fahrzeuge zerstört. Ich kann eine Drohne benutzen. Cool. Da unten siehst du ihn. Ja das sind zwar ein paar Gegner aber. Sollen wir eigentlich jetzt schon wieder starten mit der Aufnahme oder? Oder nicht? Oh ok. Äh. Das war mal. Ich möchte snippern. Wo seid ihr denn? Zug auf Karte. Warte wir sind gar nicht so weit weg von dir. Oh ja wir sind fast einen Kilometer weit weg von dir. Warte. Lass mich los. Nein nicht dahin fahren. Warte. Ja Leute wir sind übrigens wieder zurück. Es gab einen kleinen Cut weil uns die Ubisoft Server auf einmal rausgeschmissen haben. Blöse Ubisoft Server. Holt ihr mich ab? Ihr habt ja einen Heli oder? Äh wir holen ihn gerade. Oh ok. Ich sehe die Gegner gerade gar nicht. Boah ihr seid ja drei Kilometer. Nein einen Kilometer seitdem. Ah jetzt sehe ich einen. Ist ja nicht so weit. Komm ich da hoch? Zeig mir deine Rübe. Oh ja ich komm da hoch. Soll ich bei euch helfen irgendwie da drüben snippern oder irgendwie? Ich will doch springen. Kommt auf diesen scheiß Felsen hoch. Oh danke. Oh ich hab Stufe 2. Egal. So jetzt sind die da. Brauchen wir nur noch die da unten dann haben wir schon einen Sniper. Ist das ein Gegner da vorne? Das ist Zivilist was da hockelt denke ich. Ich geh mal durchs Gebüsch. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Ok. Schalldämpfer. Alles hat einen Schalldämpfer. Warbierne ich will doch nicht die Waffe wechseln. So. Also bisher ist. Ich bin gleich bei euch. Haben die dich entdeckt? Wer? Mich? Ah ne. Mich haben sie entdeckt. Ah. Ah. Mich hat sie erwischt. Keine Ahnung. Jetzt schießt noch keiner auf mich. Oh warte. Jetzt hängt es kurz. Will ich da vorbeischleichen? Oh jaja. Dahinten ist einer. Ich glaub ich kann dich aber eh heilen. Hm ich komm schon. Oh Gott ein Baum steckt durch meine Brust. Ich glaub für mich kommt jede Hilfe zu spät. Oh mit was haben die auf dich geschossen? Mit einer Baum-Bazooka. Hä? Ich bin von allein wieder aufgestanden. Und hat mir jetzt einer für... Ich war da. Kann ich schlagen auch eigentlich auch? Achso? Ach das sind immer noch Gegner gell. Okay sind Zivilisten. Jaja. Zivilisten. Ich bin schon da gleich. Ich nehm gleich das Auto. Oh fuck. Warte mal. Bleib da stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Das ist jetzt mein Auto. Komm raus. Junge. Was steht hier an uns? Ja? Also mich haben sie noch nicht. So das ist jetzt meine Karre. Ich komm zu euch. Sind die im Gebäude oder aus dem Gebäude? Alter das Auto schwebt ein bisschen buggy. Das spiel schon noch. So ich hab ihn. Der uns hatte. Okay. Ah. Okay die Steuerung muss jetzt gewöhnen. Ich will kurz reingucken. Wie öffnet man Türen. Äh E würd ich sagen. Was haben die für ein Radiosender? Ich komme. Lebt. Okay. Öffne die Tür. Come on. Wow. Ach das ist der Crazy der da angefahren kommt. Ja mit Vollspeed. Durch die Tür geht's Zocki. Ja aber klar. Bin ja auch spät drauf gekommen. Mit Vollspeed und Karacho bin ich angekommen. Doch. Oh seid ihr drin oder was? Äh ja wir tun gerade die Kisten markieren. Wie kann man Kisten markieren? Ja auch das noch. Nachschub. Punkte Punkte Punkte. Jede Menge Punkte. Ach du kannst dasselbe nochmal markieren was ich auch markiert habe. Das ist cool. Jupp wow. Das ist cool. Perfekt. Hab ich auch. Krassisch also. Dafür bekommt man einen Medi. Und wir haben einen Helikopter wie geil. Gut aber jetzt nicht auch fliegen weil er einen entdeckt hat ne. Fähigkeiten. Was kann man mit Fähigkeiten Punkte machen oder was? Ihr wollt auch nur mit dem Fallschirm rausspringen. Äh warte mal ich liest ganz kurz die Einführung kurz mal durch. Oh stabilisiertes Ziel. Okay. Kannst du den A und D wenden um den Helikopter eine schnelle Drehung auszuführen. Aha. Ja okay ich glaube ich sollte es hinkriegen. Schauen wir mal. Ja. Die Einführung braucht kein Wartoffen crazy. Jaja ich hab nur geschaut ob das. Wow der geht aber schnell runter. Ja gell. Okay Fähigkeiten. Ah warte ich. Ich wechsle zur Sneapers. Hier gibt es auch ein Fähigkeitenmenü. Cooler Scheiße. Ich komm schon. Guck mal wir haben Lowrider als Helikopter hier. Ah ja. So dann fliegen wir mal zum Missionspunkt. Was schießen wir denn alles zusammen Jungs und Mädels. Aber ich hätte gesagt bei dem Missionspunkt bleibst du im Helikopter. Also wir bleiben sie wirklich hoch und Crazy und ich wir snippern alle weg. Ja. Ah ich weiß schon was ihr vorhabt. Ja genau das was ich gesagt hab. Nachladen. Unterschießen. Hubschraube Einführung. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Mit W und S kannst du nicken. Sorry Leute, aber der ist von alleine runtergekommen. Geht wieder hoch. Geht nicht, wir haben die Dinger ein bisschen verknickt. Was? Du hast ihn kaputt gemacht? Ich hab ihn kaputt gemacht, ja. Ach quatsch, der kann sicher noch fliegen. Oder? Nein, ich kann nicht mehr einsteigen. Ich glaub den nächsten Helikopter nimmt jemand anderes. Ich glaub Cray und Zocki hat Feinde erwischt. Ich komm schon hoch, ich helf euch. Habe ich gekillt. Viele Feinde oder wenige? Nee, da hat's ja schon. Zocki hat ein Motorrad, das ist schon mal sehr gut. Ja, mit ner Pestel läuft es sich besser. Was? Einfach mal aufgelisten. Ah, Munitionskisten. Moment, da oben müssen auch irgendein Gegner sein. Wohle ich mir mal. Ich schieße Bad Wood ab. Brinkler, nix. Da oben sind ein paar... Gegner, ja, ich weiß. Ein paar. Eine ganze Kolonne, wie es angezeigt wird. Ja, ich glaub wir haben einen Unfall gebaut oder sowas. Kann ich eigentlich? Nein, ich kann. Leider, ich versteh das nicht. Das ist blöd. Dass ich mit der Hand Feuerwaffe... Erschossen, erschossen, yeah. So, warte mal. Wow, der eine lebt noch. Hielt sie. Hab ihn. Okay. Braucht die andere Knarre. Alles klar bei mir. Die da. Nein. Die zweite. Da Nachschub wieder markieren. Genau, ja. Markieren muss ich auch. Nachschub. Was nehmen wir denn? Nein damit. Das Motorrad ist ein Spaß. Nehmen wir denn vorhin. Nehmen wir so einen Familienkahn hier oder? Da nehmen wir einen Pick-Up. Oder? Jungs. Ist der noch ganz oder raucht der schon? Nein, der ist ganz. Nein, der ist ganz. Dann nehmen wir den, okay. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Ja, du musst umdrehen. Genau, du musst quasi die Straße zurückfahren. Steig doch ein. Da müssen wir hin, oder? Was denn? In die Richtung, oder? So herrlich. Du hast doch unten eine Minimap. Da wird dir sogar ein gelber Punkt angezeigt, den du entlangfahren musst. Nö, eigentlich nicht. Mir wird ein Pfeil angezeigt. Wer hat auf der Karte keine gelbe Spur angezeigt, wo du langfahren kannst? Nö. Okay. Dann bleib einfach auf der Straße. Okay. Seid mir einfach, wohin fahren muss. Genau. Am besten nicht mehr die Wand. Doch, warte mal. Voll gegen. Hey, warte, vorne sind wieder Gegner. Kabumm. Wir verhalten uns sehr unauffällig. Woa, Leute, 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 Leute. Wir fahren. Wir stehen direkt im Gegnerlager drin. Fahr weg. Okay. Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Und den Crazy fährt wieder rein, oder? Der ist ein Zivilist. Vorsicht. Wups, 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 wups. Oh, fuck. Oh, fuck. Wo sind die? Oh, Scheiße. Komm, komm aus mit deinen Kröpfchen. Ich sehe sie gerade gar nicht. Ich weiß. Wir hätten die vielleicht erst markieren sollen, dann wäre es leichter geworden. Ich spreng sie einfach in die Luft. Okay, einen habe ich markiert. Okay. Ich glaube, ich habe ihn auch erwischt. Komm schon. Komm raus mit deinen Köpflein. Beiße, wie kann ich denn mit einem Sniper eigentlich, ähm, ne? Sag schon, anzoomen. Ich dringe vor. Ich habe den in den Arsch geschossen. Das ist gemein, Zocchi. Das macht man nicht. Okay, ich glaube, wir haben alle. Ja, Kisten markieren. Ich glaube, die habe ich schon markiert. Ja, die habe ich schon markiert. Das ist ein Mio, Mio. Kannst ja alle nochmal markieren. Ja? Echt? Geht das nochmal? Okay. Waffenkiste. Aufrüsten. Cool. Ich habe den Zocchi jetzt auch noch voll geklaut, weißt du? Nee, ich habe doch nicht mitgedacht irgendwie. Du sagst, du hast sie schon. Aber ich weiß, dass jeder... Ei. Jeder dieselbe markieren kann. Hm. Ja, ja, ich weiß schon, wie du es meintest. Ich habe ein Dokument gefunden. Da steht Bren. Oh, tatsächlich. Da liegt echt eins. Aber ich kann es nicht nehmen, weil der Crazy da noch steht. Es steht drin. Ach, das ist kein Dokument. Das ist eine CD. Da wird über einen Unterschlupf von sowas geredet. Ja? Ja. Ach, wir haben Poker gespielt. Schau mal einer an hier. Ja, das sind richtige Glücksspieler, die Leute hier. Boah. Haben wir illegale Poker-Spieler mal auch erwischt. Naja, jetzt können sie nicht mehr. Jetzt können sie die Karten im Reich des Todes spielen. Sag mal, bleiben die Autos eigentlich immer wegen uns so stehen, weil wir hier mal geschossen haben? Ja. Ja. Das habe ich noch nicht markiert. Boah, Motorradfahren ist echt nicht so easy. Ne, das ist voll schwer. Ah, es gibt sogar drei Motorräder. Ja, fahren wir jetzt. Wollen wir nicht den Truck weiterfahren? Da, sowas. Ne, wir fahren jetzt. Ich fahre Motorrad jetzt da. Dazu wird. Ja, ich glaube für Crazy ist ein Truck sicherer. Ich fahr euch nieder. Passt ja auf. Okay, los. Okay, los. Okay, los. Go, go. Power-Rain-Cars. So. Ja, das hat was. Das hat was, den Berg da runter zu fahren mit Motorrad, gell? Du bleibst schon im Berg stecken. Wer bleibt denn stecken? Genau wo ich sag, passiert mir dasselbe, gell? Boah, zock ich nicht. Du wirst vom verrückten Crazy verfolgt. Ja, warte mal. Autsch. Nö, nö. Na, schau. Oh. Das, ey, wie ein Actionfilm, wie so eine Verfolgungsjagd. Ah, schade. Da hängt wer, habt ihr gesehen? Ne. Ich konzentriere mich so voll auf die Straße gerade eben. Wie geht's auch so? Da hängt wer am Telefon, weißt du? Beziehungsweise ich konzentriere mich auf den Zocki und fahre mit dem Zocki hinterher. Blöd ist es, wenn der jetzt gerade ausfährt. Warum? Oh, fuck. Deswegen. Mit welcher Taste kann man nochmal bremsen mit der Karre? Leertaste. Okay, ist gut zu wissen, wenn ich da jetzt nicht runterkoller. Ich überhole euch. Oh, jetzt läuft's, jetzt läuft's. Warte, fuck. Wo fahre ich denn herum? Du bist doch voll weit weg, Zocki. Äh, crazy. Du bist ja... Ich hab Abkürzung genommen. Er ist anders gefahren vielleicht. Ich hab Abkürzung genommen. Hey! Meine Karre raucht ein bisschen. Meine Karre raucht ein bisschen. Wow! Jetzt sollte ich mal einen Nichtraucherkurs machen oder sowas. Weg da! Ich bin unterwegs! Werfel ein! Der Bessin wirft die ganzen Passanten auf mich hier. Oh, nur noch 200 Meter. Vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen vorsichtig. Schau mal, wo der Crazy ist! Schau mal, wo der Crazy bitte ist! Warte! Äh, warte, das ist der Riesenbasis, Zocki. Ich bin doch da! Was redet ihr denn? Ich will mich positionieren. Ach, fahr nochmal, die komische Kackhache. Ja, ich kriech gerade durchs Gras. Ihr kriecht's? Ich stürm da rein jetzt, Jungs. Warte mal, ich probier die Gegner mal zu markieren. Holger, das ist clever. Komm, 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 komm. Fahr hoch da. Danke sehr. Einen hab ich. Ich fahr auf zwei Rädern. Oh, das Ziel hab ich auch markiert. Man, wie weit seid denn ihr weg, Leute? Das ist ja auch normal. Ich glaub, das liegt einfach daran, weil wir richtig gefahren sind. Äh, ich glaub nicht. Ich komme! Echt jetzt, oder tust du sowieso? So, die Frage ist, sollen wir jetzt schon mit dem Töten anfangen, oder überhaupt mal auf Crazy? Wir fangen zu den Töten an, ich komm doch. Ah, ja, schon da, ja, schon da. Okay. Ich komm doch schon! Okay, Karre, stell dich wieder auf die Rädern. Komm, 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 komm. Danke sehr. Oh Gott. Also. Bin schon da. Jungs! Alles sind drin dann. Was geht so ab? Oh, einer rennt hinters Haus. Okay, ich bin hinterm Haus. Kann er machen? Fuck. Was macht ihr denn so drüben so? Fuck. Jungs, ich helfe mal. Ich hab ihn. Glaub ich zumindest. Ja. Ja, ich glaub jetzt ist nur noch, jetzt kommt noch einer hinters Haus. Hey, ich hätt ihn doch kriegen müssen. Da steckt ihn. Das ist immer noch ein... Ich hab ihn. Ach, da hinten sollte ich. Komm, äh. Ja, Crazy. Okay. Bin da. Aber viele dürften jetzt nicht mehr im Lager sein. Doch, da hinten ist einer. Wo denn? Wo seht ihr noch was? Im Gras. Das ist noch ein Heli. Im Gras. Das ist ein Wildschwein. Soll ich ein Wildschwein erschießen? Hab ihn. Wildschwein eins. Schwein zwei. Was rüsten. Habt ihr Hunger auf Schweine? Ich hab grad Schwein erschossen. Weiß gar nicht. Ah, das wär zum Befreien? Hallo. Ja, das ist unser Ziel. Ja, ich hol ihn grad aus. Hey. Okay, du... Ist er? Ja. Okay, dann schauen wir erstmal was wir noch hier holen können. Hä? Wo ist denn da hin? Wir sind irgendwie voll planlos. Ich hab ein Zubehör gefunden. Waffenzubehör. Ja. Hm. Äh, was hab ich denn Neues bekommen? Ich seh's gar nicht. So. Oh, ich hab neun Fertigkeitspunkte. Was? Ah ja, warte mal. Fertigkeitspunkte, klar. Ja, das hab ich schon ausgerüstet. Ah, wo waren das da oben? Ähm, warum? Aber so neun Fertigkeitspunkte sind mal schnell weg. Da sind immer Feinde unterwegs. Ja, die sind... Brauchen wirklich viel. Äh, das sind tatsächlich Feinde. Ja, ich weiß. Die haben uns. Wo stecken sie denn? Wo? Die sind grad vorbeigefahren. Ja, das sind wieder abgehauen. Steigen wir ein Heli ein? Ja, warte. Ich schau mich hier noch kurz im Lager um. Wo muss denn der hin eigentlich? Ähm, wird angezeigt. 3,1 Kilometer. Sag einfach welche Richtung ich fliegen muss. Warte mal. So, irgendwo war ne Munitionskiste, aber wo ist die? Beim Heli. Ich hebe ab. Warte, bin gleich da. So. Äh? Äh, bin da hoch? Du kommst nicht hoch? Jetzt hat... Nein? Äh? Jetzt hat... Okay, passt. Bist du drin? Ja, bin drin. Haha, du hängst da hinten oben. Äh, starten tust du übrigens auf Shift. Ja, ja. Hab ich nen Vogel, hab ich? Okay, Crazy, neig dich nach links. Okay. Das ist rechts. Das war ein bisschen. Ich muss mir erst in die Steuerung gewöhnen. Äh, noch ein Stück nach links. Ja, ja. Bin schon unterwegs. Okay. Es kann doch nicht sein, dass der Crazy das Ziel nicht sieht. Ja, irgendwie schon komisch. Vielleicht hat das im Menü ausgeschaltet. So. Ich bin unterwegs. Alter, die Karte ist aber riesig, wenn du dich mal umschaust. Ja? Ja, voll. Und ich freu mich, wenn das Spiel kommt. Ich auch. Ist das das Ziel, wo 2,9 Kilometer draufsteht? Ja, das ist unser Ziel, genau. Okay, dann sieh ich so. Aber ich müsste nur ne neue Grafikkarte checken, vielleicht. Boah, der braucht hier lang. Kann der schneller fliegen dahin, eigentlich? Ja, nach vorne lehnen mit W. Dann geht der nach unten? Auch, ja. Du musst dann immer schauen, dass du ihn stabilisierst. Okay. Deswegen bin ich nämlich zu weit nach unten gekommen. Genau, so bin ich nach unten gekommen. Yeah. Der macht das schon, der macht das schon. Ich hab vollstes Vertrauen in Crazy. Ich flieg gerne Helis. Wollt ihr mal ein Looping sehen? Äh. Juhu. Funktioniert nicht. Schade. Nein, jetzt zieh ich nur noch aus dem Helikopter. Du musst B drücken. Kann ich eigentlich die Sicht wieder wechseln, wenn ich mal zum Gewehr gewechselt hab? Ja, B drücken. Wir landen jetzt. B geht bei B. Ja, du weißt das. Ab zum Legaflug. Was machst du sonst auf B? Black Hawk Down! Black Hawk Down! Mayday! 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 Hey, hey, hey! Crazy, oh! Ich mach keinen Scheiß! Crazy macht Scheiße! Ich würd gern sehen, was hier abgeht, aber ich tues leider nicht, weil ich die falsche Sicht hab. Mayday! Black Hawk Down! Mayday! 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 Bring uns runter! Billicopter 117! Billicopter 117! Billicopter 117! Was mach ich denn, glaubst du? Billicopter 117! Ja, nix! Drehst du dir die Runden da unten! Ja, ja, ja! Crazy, wie kann man runter? Drück E! E? Was kriegt er noch? Nein! Steuerung muss er drücken! Wenn er runter will! Ah, okay! Komm schon! Das geht fratze-fatze! Ja, ja! Ich lande ja schon sanft! Keine Angst! Black Hawk Down! Black Hawk Down! Boom! Jetzt komm mit, du! Das wollte ich schon fast sagen, du Leiche! Aber das ist ja gar keine... Wo rennt denn der hin? Ich kann hier noch ein bisschen Objekte... Fallschirm! Ja, geil! Da kommen unsere Basis hier! So! Wir haben dir ein Bettchen gemacht! Du bist in der Basis! Habt ihr auch ne Vorschau? Nein! Kann ich da rein? Wie? Komm ich da rein? Habt ihr keine... Habt ihr keine Vorschau? Ich komm da nicht mal rein, wo du bist! Ich schon! Ich bin da jetzt mit dem Flüchtling allein drin! Ja, viel Spaß! Du hast den Cutscreen! Wir sind da raus! Hey Betsy! Äh, Zocky! Fang! Ups! Nein! Ja! Aber die... Wir können... Ach komm ich schon crazy! Das waren nun... Ähm... Ich bin dafür, dass der Crazy in der Vollversion keine Granaten mehr kriegt! Oh! 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 Was ist das jetzt, Curtis, Sir? Was denn? What the fuck? Ich bin tot! In der Berge! Meet the Medic! Okay! Wir müssen jetzt irgendwelche Dörfer suchen! Bleh! 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 Easy, du Hel! Ja! Der Heli lebt noch! Hey! Was müssen! Ja, Paul! Ich will ja mal kurz... Oh! Schon wieder eine Granate! Was ist denn los? Einsatz abgeschlossen! Da sind die Dinger geflogen! Wie kriegt das hin? Deswegen sind die Dinger für den hoch und für seinen